Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Grief von Servern. Ich bin gerade auf diesem Kitty-Server hier gebannt worden, aber das macht ja nichts. Ich mache mir einfach einen neuen Account. Und den nenne ich jetzt BVB-King und mit dem logge ich mich jetzt hier ein. So, die haben mich schon zweimal gebannt. Jetzt nehme ich auf, als mir gedacht. So, und ich bin wieder drinnen. Ich habe hier schon alles drinnen. Und ja, also mit einem Crack-Launcher könnte man sich hier auch einloggen. Also der Server ist echt der größte Kack-Server. Die Admins, also die Owner und die Admins sind God-Mode und wollen nicht töten. Sie haben keine Ahnung, wie man mit Plugins umgeht oder Sonstiges. Die wissen nicht mal, was ein Worlds-Edit-Befehl ist. Und sie haben nichts einziges protected oder so etwas. Das heißt, und sie haben, sie wissen nicht, wie man eine Notsheet-Plus verdient. Also Notsheet-Plus ist nicht mal drauf. Das ist das Beste. Schon wieder Scheiße. So, ich nehme hier Bumscher. Ne, ich nehme mich Bäckermeister. So, ich bin ein Bäckermeister. Login. Jetzt bin ich hier Bäckermeister. Loggen wir uns wieder auf diesen Spasten-Server hier ein. Und ich bin wieder drin als Bäckermeister. Das ist so ein Fail. Also, der Server hier. Ah, Scheiße, ich werde schon wieder angegriffen. Aber ich kann mich hier nicht mal irgendwie raus. Bitte kipp mich nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte ist ja komisch. Nein, 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 nein. Nein, nein. So, hallo, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt keinen Schnitt gemacht. Hier seht ihr, der Server ist endgültig zerstört. Also, der ist endgültig hin. Das ist der Spawn. Wir waren, wir haben nette Arbeit verrichtet. Also, da hat schon einer mit seinem, ähm... Ich muss Fly ausschalten, sonst ist wieder Flying, ist noch der Nebel drin, ist Server. Okay, also, da hat schon einer gute Arbeit geleistet. Wie ihr seht. Und, also, das ist der größte Kittyserver, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Wird auch weiterhin so bleiben. Okay, perfekt. Hoffentlich ist das jetzt nicht dieser... Okay, perfekt. Okay, okay, gut. Also, ich habe jetzt den Sprint-Tag drinnen. Ich sprinte, wie ihr seht. Haha, fikt euch, grieft. Das ist aber immer die gefikt, aber richtig, ey. Hier hat einer Chesting gebaut, ah, nicht? Die Rüstung, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Irgendwer hat... Oh, fuck. Fuck. Ich habe aber nicht irgendwie Nuke drin, oder? Nein! Kacke. Shit. Die hat mich gekickt, ey. Okay, ich muss ja... Nein, gleich ist wieder verlangt, ist noch der Abel und ist der Server. Fuck, ja, ich habe es geschafft, okay. So. Jetzt bin ich hier. Irgendwer hat hier Nuke eingesetzt. Der Server wurde hardcore gefickt. Ähm, so, ich muss hier GM, please verlangen. Ich will hier ein bisschen GM. Der Begermeister. Komm, kann ich GM, please? Ach, der wird gleich den Server stoppen, habe ich das Gefühl. Wusch, der Fall jetzt alle runter. Was will der Typ, ey? Ich will jetzt einfach... Kann ich GM und der Typ gibt es mir dann hoffentlich mal. Wir sehen uns nach einem Cut wieder. So, das war der Server GalaxyPlanet.minecraft.do Also, der wird nicht mehr so schnell onkommen. Der ist komplett kaputt gegrifft worden. Ja, das war mein erstes Video. Würde mich freuen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen nubig geworden, aber, weil ich habe mich so viel Material jetzt benutzen können, aber der ist einfach jetzt zerstört, dieser Server. Aber ihr könnt ja irgendwie Kommis dalassen, wie ich es besser machen soll oder so. Und ja, bis zum nächsten Video.